Hallo und herzlich willkommen an, hey, ho 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 und frohe Weihnachten wünsche ich euch allen vor den Empfangsgeräten. Jedes Jahr melde ich mich zu Wort. Ich habe extra nachgesehen, seit 2017, dann muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, seit 2017 bin ich jedes Jahr am Start. Ich weiß auch warum nur einmal im Jahr, weil das ist verdammt warm und das ist sehr fusselig hier alles am Mund. Aber ansonsten, jedes Jahr melde ich mich zu Wort, präsentiere dir, was im nächsten Jahr kommen wird, was so ungefähr geplant ist und was dieses Jahr alles passiert ist. Natürlich habe ich wie immer kein Skript vorhanden und werde alles provisorisch machen und einfach aus meiner Erinnerung irgendwelche Daten hervorrufen. Wahrscheinlich wird das ein oder andere falsch sein und alter Verwalter ist das warm. Ich habe hier einen Ventilator am Laufen, der pustet mich von der Seite an, nur damit ich dir diese Sachen präsentiere. Oh mein Gott, all das nehme ich auf mich. Jawohl. Es ist wirklich warm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Ringlight tut nicht gerade wenig dabei. So, auf jeden Fall, erste Neuerung, er hat das Schild nicht mehr oben. Er hat das Schild hier nicht mehr, sondern er hat tatsächlich jetzt eine Lego-Kamera. Seit zig Jahren war es zum allerersten Mal, dass er wieder Lego gespielt hat und es war schön. Es ist diese Disney 100-Kamera, die wollte er unbedingt haben, die war bei Amazon in dieser Black Week, war die im Angebot, normalerweise 79. Ja, ich mache voll Werbung. Nein, also normalerweise 79, aber die war da für 63, hat er direkt zugeschlagen. Es ist super geil. Aber das Licht musste extra gekauft werden. Natürlich. Das kostet irgendwie nochmal 30 Euro, aber lohnt sich. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schon ein Hingucker. So, ansonsten, was ist noch dieses Jahr passiert? Planet Coaster kam nicht mehr so viel. Es wurde nicht mehr so viel gestreamt. Aus dem Einfangrunde, privat war sehr viel los. Also privat im Sinne von beruflich, da hat sich einiges verändert, einiges getan. Musste sich erst wieder eingespielt werden, oder beziehungsweise muss sich aktuell noch ein bisschen eingespielt werden. Deswegen sind die Streams erstmal so ein bisschen zurückgeschoben. Planet Coaster ist auch ein bisschen zurückgeschoben deswegen und einfach, weil auch die Lust so ein bisschen fehlt. Es wird auf jeden Fall wieder kommen, hat er mir gesagt. Und er wurde immer wieder gefragt, kommt Planet Coaster oder beziehungsweise warum kommt es nicht? Er hat auch geantwortet, es wird wieder kommen. Ist versprochen, es wird wieder kommen. Immer donnerstags. Ab wann, weiß er nicht genau. Und wie regelmäßig, weiß er auch nicht genau. Aber bis der ganze Park fertig ist, wird auf jeden Fall Planet Coaster kommen. Es sei denn, Planet Coaster 2 erscheint, dann haben wir ein großes, aber wirklich großes Problem, meine Freunde. Äh, seine Freunde. Ähm, und ansonsten, Alter, Alter, ich weiß nicht, wie ich das jedes Jahr aushalte. Äh, was hat sich sonst noch getan? Ähm, sehr viele Indie-Games wurden gespielt. Jim Simulator hat ultra Bock ihm gemacht, hat er mir erzählt. Äh, wartet jetzt wieder auf Updates, so wie er mir gesagt hatte. Hatte der, glaube ich, in diesem Let's Play auch gesagt. Ansonsten hat sich noch einiges getan im Bereich Thumbnails. Da hat er sich sehr viele Gedanken gemacht, aber wirklich sehr viele Gedanken. War ein bisschen experimentell am Anfang. Er hatte die Banderole, die unten da war, hat er immer weggelassen. Dann hat er dafür welche Bilder eingefügt. Nachher hat er diese Bilder ersetzt gegen In-Game-Szenen. Was ich persönlich sehr geil finde, weil, dann ist das nochmal aussagekräftiger. Ja, der hat die Nummern oben weggelassen. Oben rechts stand ja meistens so eine Nummer, ne, von der Folgen-Nummer. Die Folgen-Nummer hat er oben, also in diesem Thumbnail halt weggelassen, aus dem Einfanggrunde, weil das halt im Titel steht. Und dann hat man halt mehr den Fokus auf dieses Thumbnail, beziehungsweise den Inhalt des Thumbnails. Und er hat so einen kleinen Rahmen drumherum gesetzt, was früher die Banderole war. Die hat ja andere Farben immer, jeweiliges Spiel. Und jetzt hat er so einen Rahmen drum. Und dieser Rahmen hat halt die Farbe des Spiels. Meistens orientiert er sich, und das wissen viele nicht, an dem Spiel selber auf der Internetseite. Guckt er sich dann den Farbcode an. Ist wirklich echt viel Arbeit, muss ich einfach so sagen. Muss er einfach sagen. Es ist sehr viel Arbeit. Dann, weißt du, dann machst du einen Screenshot von dieser Internetseite. Holst den Photoshop rein. Machst du mit der Pinpette. Machst du dann diese Farbaufnahme. Und siehst dann, ah, der Farbcode. Und den übernimmst du dann. Es ist nicht einfach immer nur blau, sondern einfach wirklich das Blau, was auf dieser Internetseite präsent ist. Naja, so viel Arbeit steckt dahinter eigentlich. Blödsinn, aber mach da einfach. Und was vielen nicht auffällt, ist, dass diese Rahmen so einen leichten Effekt haben, dass sie nach innen gehen. Ganz wenig sieht man auf Handys, glaube ich, gar nicht. Auf dem Rechner auch sehr schwierig. Er selber weiß es, er ist halt selber Perfektionist und er mag das sehr gerne, so kleine Details. Alter Verwalter, ich brauche ein Bartkamm nächstes Jahr. So, ansonsten, was hat sich noch getan? Naja, wie gesagt, sehr viele Indie-Games waren da. City Skyline 2 war für ihn, ich wollte gerade sagen für mich, war für ihn ein echter Reinfall. Er hat sich so drauf gefreut, aber irgendwie haben die das nicht so ganz hinbekommen. Hatte ich auch für ihn vielen gelesen, also in Steam selber, dass das Spiel leider nicht das erfüllt hat, was erwartet wurde. Es kamen jetzt wieder mittlerweile Updates raus. Aber, wenn du dir anguckst, beim Gym Simulator kommen auch regelmäßig Updates und das Spiel wird immer besser, immer weiter, immer größer und kostet einen Bruchteil davon. Also, es ist, also bei City Skylines ist das so, das ist so ein Alpha-Ding, also so ein Pre-Release. Und warum habe ich hier eine Fliege drin, das frage ich mich jetzt gerade. Alter Verwalter, naja, fast, fast hätte ich die erwischt. Auf jeden Fall, ja, es hat sich sehr viel getan dieses Jahr und es wird sich nächstes Jahr noch mehr tun. Sprich, also, am Ende diesen Jahres lag der Fokus darauf, worauf er Bock hatte. Also, vorher ja schon immer, aber jetzt noch krasser. Also, Gym Simulator, sag ich jetzt mal, hat relativ wenig Aufrufe, aber ihm hat den Bock, obwohl er hat vorher auch nie drauf geachtet, was Aufrufe sind. Sondern er hat immer das gemacht, worauf er Bock hat und das wird er auch weitermachen. Hat er mir so erzählt und wahrscheinlich wird er den einen oder anderen Geschmack treffen, den einen oder anderen nicht. Aber ist halt so, es ist ein Hobby, womit er Geld verdient, aber es soll halt Spaß machen, wie es halt bei Hobbys so ist. Alter Verwalter, bin ich am Schwitzen. Ich bin übelst am Saften unter der Mütze und das ist nicht schön. Es ist so warm. So, auf jeden Fall. Es war ein sehr, sehr krasses Jahr, ne, privat und hier bei YouTube. Und ich glaube, nächstes Jahr wird noch krasser. Also, jedes Jahr wird irgendwie gesteigert. Und ich freue mich, oder er freut sich, hat er mir gesagt, auf das kommende Jahr. Weil da stehen auch wieder super tolle Projekte an. Wahrscheinlich wird auch wieder im Stream. Er war tatsächlich am Überlegen, ob er auf YouTube und Twitch streamt wie damals, ne, mit Restream. Ähm, jetzt mittlerweile ist das ja wieder erlaubt. Weiß er noch nicht, ist er noch so ein bisschen am Überlegen. Eigentlich wollte er Streams halt, weil wenn du Videos anguckst, ist er auf YouTube. Wenn du auf YouTube, also YouTube streamst und du guckst dir Videos an von YouTube, kannst du gestrikt werden. Guckst dir die auf Twitch an, lädst dir als Reaction beispielsweise hoch, ist gar kein Problem. Ganz kuriose Sache. Verstehe da bis heute nicht. Naja, lass ich mal da hingestellt. Auf jeden Fall, äh, eigentlich wollte er die Streams auf Twitch so lassen. Also, ne, Streaming auf Twitch und Videos auf YouTube. Vielleicht, äh, spezielles Stream. Äh, ist mir da noch nicht so ganz sicher. Wird da auf jeden Fall noch durch, boah, dieses er und ich, das ist ein bisschen schwierig, den Nutzer zu wechseln. Auf jeden Fall wird er sich das da noch überlegen. Es ist so, dass es sehr gerade warm ist. Und deswegen, ich wünsche dir und deiner Familie wirklich die besten Weihnachten deines Lebens. Und wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und viel Gesundheit, viel Freude. Guck meine Videos. Nein. Also, in diesem Sinne, ich bedanke mich wirklich für das ganze Jahr, für die letzten Jahre. Für das kommende Jahr kann ich mich noch nicht bedanken, aber wir sehen uns. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal? Nächstes Jahr? Ne, nächstes Jahr wäre ja dann schon, da tun sieben Tagen erst das Video, oder acht Tage erst das Video geguckt. Beziehungsweise, dann wärst du ja schon wieder in der Vergangenheit. Ich bin jetzt gerade schon wieder am Abschweißen. Auf jeden Fall, ich wünsche dir schöne Weihnachten, guten Rutsch und bis dann. Tschüss. Tschüss.